ich weiß nicht ob man will man man will blink mit dem bruder holen dich man willst oder ich will definitiv 85 die 2 macht heftig schein bruder lohnt sich mit der 2 anzufangen gute frage was war die zwei noch mal es lohnt sich also es war eine aussage ach so okay das war die 2 ist dieser wo er diese drei schläge mit seiner sichel macht naja auf jeden fall jetzt feiere ich den nebel gerade irgendwie wieder muss ich sagen ich habe auch wieder nebel jetzt drin ich mache glaube ich nicht weg du darfst es nicht mehr weg machen haben die es jetzt gemacht aber so wieder mal nice mit komm schon herkules bruder tankt und tigger was los der will nicht hängen da hast du auch noch den autotag gemacht oder was ja ja das soll noch den debuff behindert der scheiß schon wieder weg aber pressure auf der lane ist offen gefählte nicht da dicke er noch mit seiner zwei jahre mal herkules richtig schlechtes lane pressure digger ja wenn der so purple erklärt digger auf jeden fall da kann ich will ihn jetzt schon beleidigen ich weiß nicht also als ob du voll connect connection verliert der schreibt auch noch please ja tigger macht doch mal was er sagt ja was haben die super card die bling war hat bietz okay please ich habe voll kein farm flow wo ist die neve weiter oben hier die ist nicht mehr auf der lane kommt zu dir irgendwo ja genau ich glaube du bist tot oder ja außer der höchste was mache ich dafür bot action alter man sich lang nicht gespielt ich weiß nicht was ich vor hatte ich bin auf jeden fall weg digger mein leben jetzt nicht so für herkules werfe ich auf jeden fall nicht weg bakka will den arsch soll durchkommen solange er keine ulti hat ist mir egal ja so schnell ich sehe links eine opportunity ist der behindert digger macht doch den blue buff was macht der höchst nicht wahrscheinlich noch den anderen er macht unseren blue okay nice oh komm schon gib mir mana bro jawohl alter auseinander genommen schönes scheiße was los du bist zu nah dein mikrofon glaube ich glaube ich dass drei mund drin ist nein immer noch so da jetzt besser okay weil manchmal denke ich das mikrofon kann ich die frau das wenn ich mit ob es was mache ich muss meine mädchen stimme kompensieren weiß ach so da mache ich jetzt über dieses gegenteil autotune mache ich jetzt dann ja ach so dieser bist du also ok je mehr die froh du mit dem mikrofon macht desto tiefer stimme hast du weißt ich dachte mir schon das kommt nicht von ungefähr naja wo willst du hin hier digger ich mag sein kit heftig was konnte noch mal seine drei danach das war auch noch mal ein auto attack der seine drei was war seine dings dass er irgendwelche schuliken nach vorne geworfen hat ich werde mein tower so kämpfen so hat noch nie jemand sein tower gekämpft ok machst du da gerade harte zeiten durch ja ja ok dann komme ich gleich zu dir rüber wenn dich da ein support triggert dann spielst du automatisch 80 prozent schlechter so damit du es auch mal checkst was du machen sollst warte ich bin ich noch dankeschön digger sein kit ist honorös ich dismantle bakasura alter das ist so nice in seiner ulti kann ich meine drei benutzen ah shitabil und dann kann einfach nichts machen ich bin am arsch schade da war ich kurz zu mir filmen ok boah antiheal das armen nicht dismantle ja ja wenn du so richtig die kombos mit dem mal raus hast dann ist nice digger herrkul das hör auf meinen jungle zu machen tun ja besser ich es wollt ihr schon den arsch versorgen ok jetzt ist langsam eklig hier ich gehe da jetzt sowas von rein ach so du bist nicht ich bin Du wirfst ihm tausend Sachen hinterher. Ha, ich werd den so suchten. Glaube ich dir sogar. Du kriegst die ganze Zeit irgendwelche Wurfmesser. Du weißt schon gar nicht mehr von wo die kommen. Du wirst einfach so heftig auf Distanz. Wtf. Ich meine, eins habe ich zwei Distanzwürfe. Wenn ich meine drei diese Fallen werfe, krieg ich auch noch mal so ein Distanzwürfe. Der auch noch heftig Slot, ne? Du wirst die ganze Zeit Schwerter hinterher, Alter. Ja, ja. Der Baka kann nichts machen. Haben wir den Baka-Counter gefunden? Hä, wieso ist der nicht? Ich hatte noch keine Ulti, ich dachte ja Ulti. Nein, das hast du dich überschätzt, oder? Ja, Mann. Okay, Niv. Mach halt kein 1 gegen 1 gegen mich. Du bist steile. Diese FKM fahren, oder was? Ja, ja. Ist immer so, Digga. Dann wird man ungeduldig. Mhm. Ja, ich habe zwar gesagt, ich gank dich, ne? Irgendwie, ich bin, also ich ignoriere dich immer so heftig, was dir angeht. Ja, weil du denkst, ja fuck, der holt eh nicht rum und so. Ja, so, aber das ist eigentlich voll dumm. Ich muss eigentlich ADC helfen, so. Warte, warte, jetzt brauche ich, Digga. Tegga, ich habe Ulti, wir können die ficken. Tegga. Du lidsch dich jetzt einfach zurück. Und stirbst nicht. Die ist gesprungen. Hab ich die noch einmal getroffen. Lass die aus, Digga, lass. Machst du nie wieder beim ADC, du hoch? Okay, ich geh weg. Dankeschön, Bruder. Kein Ding. Piu, piu, piu. Nein. Nein. Ich dachte, Damage reicht. Habe ich falsch gedacht. Atalantas, bo. Okay, sowas von Trends. Mhm. Digga, der Anubis heißt Gildarts, Alter. Der müsste eigentlich komplett auseinandernehmen. Wer war nochmal Gildarts? War das aus Fairytale? Es war von Fairytale. Ah, dieser Blitz-Typ, ne? Nein, nein, das war Lachsus. Der Gildarts war der andere S-Rank. Der stärkste von denen. Ah, der mit den roten Haaren, oder? Ja. Ich habe das auch irgendwann aufgehört anzuschauen. Ich habe nur den Manga zu Ende gelesen, weil ich es einfach zu Ende lesen wollte, so. Aber hat mich auch irgendwann nicht mehr interessiert. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Die stirbt jetzt erst mal. Sterbe ich von ihr, Rolti? Ja. Nein, Digga. Hättest du gewartet, Bruder? Hä? Hättest du auf mich gewartet? Wie denn? Ich war doch schon low. Ja, aber die hatte ich doch noch mit Auto-Exex getroffen, oder? Ja, das war so eins gegen eins, da konnte ich nicht mehr so. Da musste ich. Egal, ich habe dich gerecht. Ja, alles gut. Guck, Baka kommt. Der weiß aber nicht, was mit ihm passiert. Das ist so ektisch. Das ist so ektisch. Das ist klar, Alter. Nein, Emi, Emi hier, Mann. Lass mich doch einmal in Ruhe holen, du Hund. Dieser Ruhe-Sohn, Alter. Oh, Mann. Ähm. Ah, schon nice. Es ist schon nice. Aber jeder Hit disarmt ihn eigentlich schon. Also, er ultet mich. Ich mache einfach meine 3. Ja. Und die habe ich öfter als seine Ulti, Digga. Jetzt holen wir uns Beats, definitiv. Emi, er geht mir sowas von auf den Set. Am besten noch Wingblade, Alter. Hydrass. Hydrass danach, danach holen wir uns Heartseeker. Und dann einen Bloodforge. Oder einen Aaron Died. Ja, Mann. Das ist der Plan. Wer ist dieser Ward? Hydrass. 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 Nach weiter bekommen. Nice. Äh. Guck mal, ich stehe einfach schon seit 13 Minuten so. Ja. Drück mal Tee. Warte. Kann gar nicht. Ja, alles Gute zu euch. Komm. Oh, du bist tot, Bruder. Nein, Digga. Die gibt mir schon höchst, Alter. Ja, aber Autotext treffen wir beide gut, nur sie ist 2 Level höher als ich deswegen. Geht schon kein Problem. Ihr ruht dies noch, äh, ab. Du bist ein Riesenabdruck, oder? Ein Riesenabdruck. Du hast nicht was. Ah, der andere Zykir, mir ist solo, allein. Mh, mh. 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 es ist nicht schlecht oder so aber er kann nichts machen ja ich mache meine scheiß zwei digga ich werfe meine scheiß fallen hin die den schul der match geben und slow und unter aus zwei meter entfernung vor allem deine ultime tut ja weh während sie trifft und danach wenn sie wenn du ja so völlig eskaliert wie so ein psycho erst mal dass ich dieses gold ding macht aber wenn du keine ulti hast dann ist auch aufgeschmissen manchmal glaube ich hast du das geld du hast nur slows und hat deine falle mit der du vielleicht ein bisschen für dich spielen kannst ja nie wollte doch nicht jetzt war ich jetzt war ich frech alter jetzt war ich frech okay jetzt kann ich nicht mehr machen die hat zu viel zu stehen die fehlt rechts ich spiele so richtig arena eigentlich mit dem so ich will einfach nur rumgucken glaube ich was hat sich eigentlich noch so geändert was ich wissen müsste ich habe selber zwei wochen nicht gespielt ich habe keine ahnung haben sich irgendwelche items geändert weiß gar nicht ich glaube ich glaube das ring of the gate genervt wurde es war aber schon letzte patch ach so dann serrated edge wurde genervt vielleicht ich weiß auch nicht imi hinter dir bruder der e-mail der will mich auch immer hart ich werde die ganze sache aus der liste es ist so nice ist ein poppages nicht getroffen darf ich zweimal werfen bei der dreidisch heftig echt ich werfe gerade die ganze zeit zweimal ja ja jetzt bist du nicht geld als sie auseinander wie sie macht es ich weiß gar echt nicht was wir hier machen ja eigentlich fehler aber er schon tot ist, dann dash du auf jeden Fall noch dorthin. Achso. Guck mal, guck mal wie ich sie angeguckt. Bein meinen Angeln, Alter. Ich geh auf, äh... Ja. Ich halt den Hund von dir fern. Mhm. Man baut der Tags hier. Oh Gott. Schöner Aegis. Schöner Aegis. Nein. Egal, egal. Du hast ihn für uns vorbereitet. Ja. Oh, nice. Also das Komplett Aegisen ist auf jeden Fall nice. Ja, Aegis kannst du das einfach zunichte machen. Ja. Stabiler Kampf, Alter. Von den Gegnern sind wir tot, Digga, what the fuck? Ich muss ehrlich sagen, die fallen, das ist schon fast einer meiner Lieblings-Abilities an dem. Weil das ist so, damit kannst du so voll gezielt den Gegner lenken. Hä, wie, welche fallen jetzt? Ja, du hörst so diese Shuriken auf dem Boden und die dann sozusagen die slowen und die True Damage geben. Wie lange bleiben die auf dem Boden? Boah, wie lange bleiben die auf dem Boden? Die bleiben schon eine Weile. Zweieinhalb Sekunden. Ah, okay. Und dann kriegst du so, äh, noch so was zum Werfen. Ja, das schon. Und du slowed den Gegner nochmal. Und du kannst halt voll damit... Das, was du willst, gell? Das kann kritten, oder? Das ist ja ein Basic-Attack. Okay, jetzt bin ich in der Danger-Zone. So was von, Alter. Ich bin absolut am Arsch, Digga. Ich dachte, auf meinem Arsch stand free, dass das ganze Team los war, Digga. Ist so. Digga, dieser in mir carried dich. Ja, der in mir nervt. Der in mir nervt. Aber da, wo ich ihn nicht haben will. Oh, Vorsicht. Digga, da bist du grad... Haben wir aufgegeben. Oh, okay. Okay. Hä? Digga, da bin ich gerade perfekt in die Luft, Alter. Heftig. Aber auch noch der Ulti ausgewichen. Ja, Mann. Boah, da bockt sich. Du musst ja auf jeden Fall auch mal im Jungle spielen. Ja, glaub ich. Digga, was... Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.